Hallihallo und herzlich willkommen bei der Servervorstellung vom Megodrax-Server mit Bucket, also SpeakGod 1.8. Und das Besondere an diesem Server ist hier die Kingdom-Welt. Da werden Leute Königreiche machen, also es sind jetzt schon zwei da, wo man sich gegenseitig dann bekämpft und so. Also, ja, mach. Kommt, mach. Also, hier ist die Spawn-Welt, die ist nicht bebaubar. Hier werden wir vorstellen, wie die Reichsviertel, also die Königreiche werden hier vorgestellt in einem kleinen Gebiet. Und, ähm, alle Welten sind eigentlich so mit Multiverse und mit Multi-World gemacht. Hier zum Beispiel die Kingdom-Welt, die Farm-Welt, wo man eigentlich nur farmen darf. Also, in dieser, ähm, hallo YouTube, hallo zusammen. In dieser Farm-Welt wird eigentlich hauptsächlich, also ganz eigentlich, gefarmt. In der Free-Build dürft ihr bauen, was ihr wollt. Und wo ihr wollt, dürft ihr es auch sichern lassen. Also, dass es niemand anderes abbauen kann oder so, griffen kann. Und die Neto-Farm. In der Neto-Farm könnt ihr auch eben alles abwärmen. Und, ähm, das Wichtigste ist eigentlich jetzt, eben auch von diesem Server, die, ähm, Kingdom-Welt, also die Königreichswelt auf Deutsch. Und hier haben wir mal das Rote Reich, das ist hier Seite, auf dieser Seite. Und das Grüne Reich, also Grün-Schwarze Reich und Grün-Rotes Reich. Das Grüne Reich ist hier. Hier haben zwei schon mal, die wurden hier vor ausgestellt, mit Kitson2-Plugin. ähm, gebaut und hier kommt eine, ähm, eine Taverne, also Bar, hin. Man hat, ähm, Novolem, der Herrscher vom Grünen Reich, eine Mauer gebaut und hier noch Grundstücke. Ähm, sonst ist es meistens auch freiwillig, wo ihr baut. Einfach kann es sein, dass man wirklich dort etwas anderes bauen will und deshalb wir mit WorldEdit euch umziehen lassen. So, hier ist eine, ähm, das ist die, ähm, wie sagt man, Kaserne. Ja, das ist Ausrüstung von den, ähm, Grünen. Hier unten auch. Und, ja, das war's eigentlich. So, und dann gibt es hier noch einen Magierturm, also Verzauberungsturm, mit leider ohne Bücherregalen. Okay, das ist nur Grundverzauberung wahrscheinlich. So, und dann eine Kobbelstonmauer, einfach so ein bisschen zum Schutz für die Bevölkerung, damit sie nicht gleich Krieg sehen müssen. Und, ähm, hier hat es noch ein Grundstück, hier ist ein Turm, ein Wachturm. Hier sind auch wieder ein paar NPCs. Wir müssen auch schauen, wie viel, äh, Leistung die überhaupt fressen. Also es kann sein, dass man dann die NPCs auch wieder ein bisschen, boah, sind das viel, weg müssen. Aber, ähm, momentan ist die Auslastung vom CPU und vom Arbeitsspeicher eigentlich noch nicht so groß. So, dann, ähm, kommt hier Novolems, Privatresistenz oder einfach Herrenhaus für ihn. Und, ähm, wie kommt man jetzt nach oben? Da vorne, ah, da außen. Da oben hat er noch so einen Thron mit, ähm, Tisch für die Besucher. Und, ähm, Sunbat ist hier oben. Okay. So, dann teleportieren wir uns kurz mal. Muss halt erst kurz ins Video. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? So, kurze Unterbrechung. Tut mir leid. Ähm, jetzt kommen wir eigentlich zum roten Reich. Das war, also, eben, dasselbe ist niekelnagelneu seit dem Samstag, aber wir haben noch große Probleme mit den Plugins gehabt. Bis wir alles Plugins installiert haben und umgestellt haben. Also, hier haben wir einfach mal eine Vorstellung, was eigentlich in der Kaserne ist, ist bei uns einfach hier im Freien. Und, ähm, hier wird zum Beispiel eben König Drago Basler, die Normalrüstung von mir, dann, ähm, Ausrüstung der Wachmänner, Kriegsausrüstung des Kommandants Paul Witz. Und Paul Witz ist der zweite OP. Ha! Ich mach's anders. Nein! Claire! So, ich mach's anders. Haha! Ich rebelliere gegen dich. Haha! Hier haben wir die Einwanderungsbehörde. Da wurden die Türen rausgerissen. Okay, weil irgendjemand dem ja zumacht wahrscheinlich. Und hier sind die Betten kaputt. Was ist denn los, hä? Hier haben wir die Flaggen gespeichert. Wenn jemand eine Flagge braucht, nehmen wir sie raus. Hier haben wir eine Jukebox. Nein, das sind Werfer. Das sind die... Ah, den... Den... Ähm... Notenblöcke, oder? Ich weiß es nicht mehr. Das sind Notenblöcke. Ja, Notenblöcke. Ähm... Hier unten haben wir den Tresen für die... Ach Mist, da ist das Dach zu. Ist alles ein bisschen geändert. Also, wahrscheinlich wegen einem Plugin wieder weg. Oder von einem Spieler. Ähm... Das Rote Reich ist asiatisch. Das Grüne Reich ist normal mittelartlich. Da hat der... Novolem nicht so festgelegt. Und... Dummy. Okay. Hier vorne haben wir noch ein Grundstück, aber das kommt weg. Die sind umgezogen ans Grüne Reich. Die zwei, die vor der Mauer wohnen. Ähm... Und hier drüben haben wir noch eine... Ähm... Burg. Die ich am Bauern bin momentan. Sie ist ein bisschen schlicht gehalten. Und wird dann noch ein bisschen asiatischer gemacht. Mit dem Dach oben dran. Und... Ähm... Hier drüben baue ich im Let's Play, das ich noch machen werde. Da muss ich zum... Ähm... Blauen Ding. Da oben. Okay. Das ist dann der Start fürs Let's Play. Ich werde es sonst nicht im... Ähm... Survey-Modus spielen. Und so öffentliche Gebäude wie die Burg wird von den OPs mit dem Gameplay. Gameplay-Mod gemacht und von den Nicht-OPs mit dem Survival-Modus. Und ähm... Die Wege werden auch von den OPs mit dem Kreativ-Modus gemacht. Mit Word-Edit oder so. Und ähm... Wer sich gut benehmt auf dem Server und wirklich ähm... Ja, das macht, was ein OP eigentlich, ja... Machen sollte, also sich gut fällt für ein OP. Der darf OP werden. Aber ähm... Wahrscheinlich noch Stufe 1. Und ähm... Dann kann er... Also, ja, wird er immer wieder befördert. Also, jetzt wollen die immer mehr, ähm... Ähm... Wieder Hilfe. Das mache ich noch kurz im Video. Dann sage ich, danke... Dankeschön fürs Zuschauen und... Ähm... Ähm... Bis zur nächsten Folge von der Servervorstellung mit einem Update. Also, dann sind ja wieder neue Gebäude gebaut worden. Und so weiter. Und ähm... Ähm... Ja, das ist noch Palivitz-Gebäude hier. Das habe ich schon fast vergessen. Und der Turm möchte ich auch noch kurz zeigen. Der ist innen eigentlich nur Treppe. Und der ist auch nicht so asiatisch. Sollte vielleicht noch ein bisschen umgeändert werden. Ja, hier hat es Werfer. Und so weiter. Und dann war es eigentlich so. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. In der nächsten Servervorstellungsfolge gibt es dann die weiteren Gebäude. Die, ähm... Anderen Welten sind eigentlich jetzt noch nicht zum Zeigen. Das zeige ich dann sobald... Ah, ich hab... So. Ich fliege mitten in der Treppe. Ähm... Also, in der Freebit-Welt ist noch nichts los. Da hat noch niemand gebaut, weil die noch nicht öffentlich war. Ähm... Da haben wir jetzt erst das Portal hingebaut. Und, ähm... Eine Minenbahn wird es auch geben. Aber die führt nicht immer geradeaus. Also, es ist nicht immer der schnellste Weg. Dafür ist sie schön und, ähm... Bietet etwas zu sehen. Also, wir werden so richtige Minen machen. Und, ähm... Ja, durchschluchten hindurch und so. Einfach, was man so untäglich machen kann. Und, ähm... Ja, mal schauen. Also, jetzt ist es halt noch ein bisschen früh für, ähm... Mehr zu zeigen. Äh... Und... Sobald die anderen Welten eigentlich schon ein bisschen fortgeschrittener sind, werde ich die auch zeigen. Aber, das meiste wird jetzt sowieso hier gebaut. Und, dann kann ich noch nicht so viel zeigen. Aber, dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge vielleicht wieder. Oder in einer... In einem anderen Video von mir. Und, sage dann Tschüss. Dankeschön fürs Zuschauen. Bye.